Hallo und herzlich Willkommen zur 12. Folge von meinem Feedbeast Ultimate Let's Play. Eisen wird mesuriert und die Bedbox leert sich leider. Und dafür will ich nämlich mein Solarpanel upgain zu einem Advanced Solarpanel. Dazu brauchen wir aber, nein, ich hab's noch einmal nicht umgestellt, aber wir brauchen auf jeden Fall Closedone. Und dafür müssen wir in den Nether. Und dazu brauchen wir einmal Flintenstil. Na, wie geht's denn so? Gleich nicht mehr so gut. Ja, eine Weizenfarm oder halt irgendwelche Früchte muss ich auch mal anlegen. Ja. Nacht. Ah, es ist nicht Nacht. Ja, ähm. Stimmt. Ich hab grad Flintenstil gesucht. Also Eisen haben wir. Flint haben wir leider nicht. Aber dafür gibt's ja auch einen guten Trick. Und zwar einen Gravel. Und den up in Matherwaiter. Können wir mal einen Eisen machen. Wird unsere Energie nicht ganz aus, obwohl ja... Wir können eigentlich hier alles reingeben. Und der Matherwaiter, der ist schön. Und dann... Und dann... Leucht. Hier. Seht ihr das? Gravel wird zu einem Flintstone. Hast du denn zu Kobbelstone? Okay. Ein Kobbelstone kann man noch zu Sand machen. Das heißt, wenn man Sandnot hat. Dann kann man das verwenden. Und das sehr gute auch. Einen Knochen zu 5, äh, Knochen mähen. Und nicht nur 3. Scheiß. An der Blazer. 5 Blazepowder. Ja, okay. Und wir haben einen Flint. Jetzt kann ich das Eisen weitermachen. Und wir haben Eisen. Das kommt mal wieder hier rein. Außer der ist. Und jetzt können wir unser Flinten-Stil machen. Das ist unser Feuerzeug. Dann nehm ich noch ein bisschen Kobbelstone mit. Für ein Nether, damit wir uns da auch eine... Ja, ein kleines Häuschen drumherum bauen können. Um das... Um das Portal herum. Und hier. Und zwei Türen. Eine für hier und eine für... Drüben. Sagen wir mal. So. Das Eisen kommt auch noch weg. Und unsere Energie ist aus. Vielleicht nehmen wir uns das mal raus. Und das hier auch. Dann sparen wir uns unsere Energie mal. Obwohl sie nicht sehr viel bringt, aber... Vielleicht brauchen wir es ja noch. Und wollte ich mir noch eigentlich einen Bogen machen. So wie wir irgendwann scharf. Da oben irgendwo. Das hat sogar wieder Wolle. Könnte ich mir vielleicht sogar einen Bogen noch draus machen. Indem wir nämlich Wolle mesoetieren. Oh nein, wir bekommen ja nur eine Wolle raus diesmal. Ja, schau, was sehe ich da auch nicht direkt. Naja. Wird halt noch nix. Mit einem weiteren Bogen allerdings ein paar Knochen. Ah. Pfeile. Nehmen wir mit. Und hier auch noch die Pfeile. Haben wir auch noch was? Nö. Ja, die Schere können wir hier lassen auf jeden Fall. Das brauchen wir mit... Ja. Naja. Gehen wir mal hinunter. Ach, jetzt hat er gerade... Oder hat das Schaf gerade wieder... Wolle bekommen. Und zwei Wolle. Ja, ich mach mir jetzt einfach noch. Oder? Hat er wieder... Okay, war doch nur eine Wolle. Oder? Na? Hä? Bin umgegangen. Ja, Wolle. Bisschen Kohle. So. Au. Aber schlafen gehen können wir. Yay, schlafen. Schal... Äh, schalfern. Naja. Und wir sehen, wir bekommen ein String raus. Ja. Nicht wirklich viel, aber... Naja, was soll's. Was tut denn nicht alles für einen guten Bogen? Ja, noch so Holz? Haben wir noch hier Holz? Nö. Doch. Oh, zu wenig. So, der ist auch fertig. Ach doch. Ach. Bin dann schon zu... Verplant, so. Das kann wieder zurück. Hier wollen wir auch noch unseren String haben. So. Und wir haben noch einen besseren Bogen. Oder einen ganzen Bogen. Das kann hier wieder rein. So, und jetzt haben wir alles. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, Fackeln brauchen wir nicht wirklich. Und ab. Hinunter geht's. Und unser schönes Portal. Da kommt auch direkt noch eine Tür dran. Ja. Tada. Und hinein geht's in die... nette Welt. We go. We need to go deeper. Ähm, ich hoffe jetzt beim... Ah, doch. Hilfe! Was war das? Ich mach mir schnell Game Mode 1. Hä? Game Mode 1, oder? Wieso bin ich da gespawnt? Hä? Was soll das? Was soll das? Nein! Alter, das gibt's ja nicht. Hä? Nein, nicht echt. Was ist das für ein scheiß Bug? Hä? Jetzt bin ich wieder da? Nein, das gibt's ja nicht. Okay. Das. Ähm... Alter, so. Ähm... Wo wird's angezeigt? Da. Ah nö, Left Point. Alter, was soll das? Okay, das mach ich... Weil das ist jetzt eindeutig ein Bug, glaub ich, oder? Was sagst du hier? Ist das ein Bug oder nicht? Ach, hier sind meine Sachen, oder wie? Ja, anscheinend. Hier ist meine Tür. Hier ist ein Hühnchen. Ich hatte doch noch... Ja, Schaufel und so alles hatte ich noch mit. Das gibt's ja nicht. Soll's... Ach, das ist doch blöd. Hm. Ja, einen normalen Bogen hatte ich noch. Oder einen vollen Bogen. Das finde ich jetzt echt scheiße. Wo bin ich ob... Ich hab jetzt eine Mini-Maple auch nicht zu fahren. Kommt mir vor. Hmm. Ah, ich bin gerade angepisst. Ja, Bug-Craft. Ziehen wir doch irgendwie mal wieder einen Strahl. Dem. Oh, hier. Hier, circa. Ich graue mich jetzt am Flach alles durch. Ach, hier sind meine Level. Schön. Ja, nicht? Nein. Okay, jetzt gebe ich einmal XP. So. Ich hatte vorher 33 Level, also 22 Level. Ach, dann willst du alles so 22 Level. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf Level. Stand wie vorher. Naja. Ja. Das hat uns halt nicht an. Naja. Hier mache ich auch wieder zu. Damit dann kein Verdacht geschöpft wird. Ja. Das gibt es ja nicht. Naja. Jetzt werde ich mal wieder zurück gehen. Ah, stimmt. Das kann mir auch, glaube ich, so. Zu Strip. Ah, ja. Nein, ich wollte eigentlich nicht zu Strip. Sondern zu... Ach, nein, zu Strip. Ähm, hier. So, nun gehen wir mal im Creative Modus durch das Portal. Mal. Vielleicht geht's ja dann. Hä? Sind wir schon wieder da? Hä? Ja. Hier ist der Lady's Death. Genau hier drunter. Was sind das für scheiß Portale? Okay, ja, jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll eigentlich. So. Bin ich wieder da? Ich mache mal einen Wegpunkt, glaube ich. Dort hinten. Nein. Okay, irgendwie funktioniert auf jeden Fall der Nether nicht. Kommt mir so vor. Naja. Ja. Wir werden sofort hier gespawnt. Das habe ich schon wieder gemacht. Ich habe keinen Wegpunkt ausgesetzt. Äh, Strip. Äh, Strip. Jetzt mag ich in einer... Fackel herum? Hm. Ja, okay. Das werde ich wohl in der nächsten Folge behoben haben. Hoffentlich. Ja. Ganz bringt hier nichts. Gleich mehr. Naja, aber... Ja. Das ist scheiße. Bei solchen Bugs. So. Ich glaube die Kobelstern sind's. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder was das soll. Na. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es doch hoffentlich wieder geht. Naja. Schöne, meine Pfeile sind ja auch weg. Naja, sieben Pfeile hatte ich. Das weiß ich. Arrow. Oh. Nein, nichts. 64er Stacks. Irgendeine Shift-Taste? Nein. Okay. Ähm. Mach ich mich mal wieder in Game Mode. Null. Such hier mit Arrows. Ach. Raven's Feather. Okay. Dann mal in den Cheat Mode. Dann. Hä? Hatte ich die doch? Ach. Ist ja... Okay, ja. Sehen wir uns wohl in der nächsten Folge. Und sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach. Entschüss.